Badam Matsyendrasana ist der Drehsitz mit gefalteten Händen, eine der fortgeschrittenen oder Mittelstufe bis fortgeschrittenen Variationen von Matsyendrasana. Aus dem Drehsitz heraus, gib den Unterarm unter der Kniekehle durch und verhake die Finger oder falte die Hände oder Fasse mit den Fingern einer Hand an das Handgelenk der anderen Hand. Diese Stellung hilft mit relativ wenig Kraft eine sehr intensive Drehung zu bekommen. Viele Menschen, die Mittelstufe bis fortgeschritten sind, lieben diese Variation des Drehsitzes besonders, weil man hier besonders weit hineinkommt und eben ohne viel Kraft die Stellung halten kann. Natürlich, diese Stellung geht dann besonders gut, wenn du relativ wenig Bauch hast und wenn du insgesamt gute Hüftflexibilität hast und schlanke Beine.